Lebenslanges Lernen ist auf der einen Seite, sich in den klassischen Bereichen up-to-date zu halten, bei uns Span-Know-how und sich gleichzeitig auch um neue Technologien zu kümmern, die die Arbeiten noch mehr erleichtern. Wir setzen uns für lebenslanges Lernen ein, weil jetzt gerade mit neuen Technologien, mit Digitalisierung ganz viel im Wandel ist und wir damit die Lebensqualität unserer Kunden, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz verbessern können. Wir fördern die Motivation, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, engst abzubauen und wir machen die Berufsbildanalyse für unsere über 100 Berufe, wie sie sich weiterentwickeln werden. Ich finde es einfach super, miteinander zu entdecken, in welche Richtung es gehen kann. Und miteinander zu lernen, ist eine der höchsten Zusammenarbeitsformen. Macht mir viel Spass! Danke!